Die Stoßzahn ist in einem Museum. Von dem Job hatte ich noch nie etwas von Heusala gehört. Naja, das ist die Schuld ihres letzten Königs. Dun, leichtsinnig, protzte mit seinem Reichtum. Er bohrte für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Nur einen Moment. Kann warten. Schau mal, Flamingo treffen. Pink ist nicht so meine Farbe, aber Ihnen steht es. Wusstest du, dass sie ihre Nahrung rosa macht? Wenn wir das anderes fressen, dann ist das. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Wo geht's hier weiter? Ich guck schon. Alles klar, da oben? Jep, alles okay. Ich hab übrigens Ganeshas Stoßzahn gefunden. Das war's dann. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, mit seinem Beruhig mit. In diesem Beruf kann ich Sentimentalität. Entschuldige, ich brauch einen Moment. Moment, was? Ich bin nur überrascht. Danke. 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 Vielen Dank. Okay, kannst rein. Vorsichtig, aber immer. Okay, rück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Okay. 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 Okay.